Lege Dich nun ganz bequem hin und schließe Deine Augen. Ich lade Dich nun ein, ganz loszulassen, sodass Du Dich zutiefst entspannen kannst. Bevor Du Dich ans Meer träumst, nimmst Du ein paar tiefe, bewusste Atemzüge. Atme durch die Nase ein und lass Deinen Atem dann durch Deinen Mund hinausströmen. Stell Dir beim Ausatmen vor, wie alle Anspannung aus Deinem Körper aus Dir hinausfließt. Erlaube Dir mit jedem Ausatmen immer mehr loszulassen. Wenn Du möchtest, verbindest Du das Ausatmen mit einem entspannten Seufzer. Wiederhole dies einige Male. Erlaube Dir mit jedem Ausatmen. Erlaube Dir mit jedem Ausatmen. Erlaube Dir mit jedem Ausatmen. Kehre nun zu Deinem natürlichen Atemfluss zurück, indem Du ihn jetzt einfach beobachtest. Dein Atem fließt nun durch die Nase ein und aus. Du fühlst die sanften, gleichmäßigen Auf- und Abbewegungen Deiner Bauchdecke und spürst, wie sich Deine Brust hebt und senkt. Du bemerkst, dass Deine Gedanken immer mehr zur Ruhe kommen und erlaubst Dir immer mehr loszulassen. Du bist ganz ruhig und entspannt. Und eine angenehme Schwere breitet sich in Deinem ganzen Körper aus. Mit jedem Atemzug sinkst Du immer tiefer in die Entspannung hinein. Ich lade Dich nun ein, Dich ans Meer zu bringen. Und Deine Seele einfach baumeln zu lassen. Du befindest Dich an einem wunderschönen Strand und hast es Dir im Schatten einer Palme auf einer Liege ganz bequem gemacht. Von dieser Stelle aus hast Du eine schöne Aussicht auf das türkisblaue Meer und den langen weißen breiten Strand. Der Himmel erstrahlt in einem tiefen Blau. Die Sonne leuchtet hell und warm. Sie glitzert durch die Blätter der Palmen hindurch. Du beobachtest, wie sich die großen Palmblätter sanft im leichten Wind hin und her bewegen. Du könntest stundenlang so daliegen und diesen Anblick genießen, der eine so beruhigende Wirkung auf Dich hat. Das gleichmäßige Geräusch von Wellen, die an den Strand spülen und sich langsam wieder zurückziehen, lässt Dich noch tiefer entspannen. Der warme Sommerwind, der sanft Deine Haut streichelt, schenkt Dir ein wohliges Gefühl und Du spürst, dass Du noch immer mehr loslassen kannst. Dieser Moment ist so einzigartig und wohltuend, dass Du Dir erlaubst, Dich mit allen Sinnen ganz darauf einzulassen. Der warme Sommerwind. Dich mit allen Sinnen. Dich mit allen Sinnen. Du hast jetzt große Lust, Dich im Meer etwas abzukühlen. Du erhebst Dich von Deiner Liege und läufst über den weißen, feinkörnigen Sand in das glasklare Wasser hinein. Dabei spritzt das angenehm kühle Wasser zu allen Seiten hinweg. Dann tauchst Du bis zu den Schultern ganz hinein. Dein Körper fühlt sich ganz leicht an, wie eine Feder. Das Wasser ist herrlich weich und angenehm abkühlend. Es macht Dir unglaublich viel Spaß, im Wasser zu sein und darin herumzutollen, zu schwimmen und Dich auch einfach nur auf dem Rücken liegen tragen zu lassen. Genieße diese Zeit. Das Gefühl der Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Das Wasser ist ein ganzes Kupf. Das ist ein ganzes Kupf. Du wartest nun langsam durch das Wasser an den Strand zu Deiner Liege zurück. Das Meerwasser perlt glitzernd an Deiner sonnengebräunten Haut ab. Du trocknest noch die letzten Tropfen auf Deiner Haut mit einem Handtuch. Jetzt ist es Zeit für einen Strandspaziergang und Du wirfst Dir Deine leichte Strandbekleidung über. Du gehst entspannt ganz nah am Wasser den Strand entlang. Kleine Wellen, die an den Strand kommen, umspülen Deine Füße. Auf Deinem Weg beobachtest Du die Menschen, wie sie ihr Sonnenbad genießen. Einige liegen bequem auf Handtuch oder Liege, andere sitzen bei einer Unterhaltung zusammen oder spielen Strandspiele. Eine junge Familie ist gerade dabei, mit ihren Kindern eine Sandburg zu bauen. Ein junges Pärchen spielt im Wasser Volleyball. Ihr Lachen schallt zu Dir herüber. Ein paar Segelboote und Katamarane mit ihren strahlend weißen Segeln steuern auf das Meer hinaus. Du genießt diese Urlaubsstimmung und die damit verbundene Energie der Leichtigkeit und Freiheit. Du schlenderst weiter den Strand entlang. Die Blätter der großen Palmen, die den Strand säumen, bewegen sich sanft im Wind, so dass sich auf dem Sandboden ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten ergibt. Nun kommst Du an einen Bereich des Strandes, an dem sich lauter kleine Hütten und Verkaufsstände befinden. Hier bieten die einheimischen Verkäufer die verschiedensten Waren an. Souvenirs, Bekleidung, Schmuck und frische exotische Früchte. Es herrscht ein reges Treiben in schöner freundlicher Atmosphäre. Bekleidung, Schmuck und Schmuck und Schmuck und Schmuck und Schmuck. Nun bewegst Du Dich in die Richtung aus der Musik kommt und näherst Dich einer Gruppe mit einheimischen Musikern, die mit Trommeln, Gitarre und Gesang ihre ganze Lebensfreude zum Ausdruck bringt. Auch andere kommen hinzu, anscheinend angezogen von der schönen rhythmischen Musik. Du schaust in die freudigen Gesichter der Menschen und spürst die ausgelassene Energie, was Dir unweigerlich ein Lächeln auf Dein Gesicht zaubert. Mit Dank ist Du Dich in die Richtung, Dankbarkeit und freudiger Energie im Herzen verlässt Du diesen Ort, um am Strand entlang wieder zu Deiner Ferienanlage zurückzugehen. Es dauert nun nicht mehr lange, bis die Sonne beginnt unterzugehen. Am Rande Deiner Anlage befindet sich ein ruhiges Plätzchen mit einer Hängematte, die zwischen zwei Palmen befestigt ist. Von dort hat man eine freie Aussicht auf das weite Meer und den Sonnenuntergang. Du legst Dich bequem in die Hängematte. Bis auf das Rauschen des Meeres nimmst Du die wunderbare Stille um Dich herum wahr. Du beobachtest nun das magische Schauspiel des Sonnenuntergangs. Die Sonne steht tief am Horizont und färbt den Himmel orange-rot. Ihre Strahlen glitzern wie funkelnde Edelsteine im Meer. Während sie weiter langsam im Meer versinkt, sieht es so aus, als würde sie mit dem Wasser verschmelzen. Du genießt jede Sekunde dieses Schauspiels, bis sie ganz versunken ist. Die Sonne steht tief am Horizont und färbt den Himmel. Nimm diese Vorstellung und beende die Traumreise. Bereite Dich jetzt auf einen tiefen und erholsamen Schlaf vor. Angefüllt mit wunderschönen Bildern und voller positiver Energie fühlst Du Dich nun wohlig entspannt. Erlaube Dir nun immer tiefer zu entspannen. Du bist ganz ruhig und spürst Deinen sanften, gleichmäßigen Atem. Fühle, wie Du mit jedem Ausatmen immer tiefer entspannst. Gleite mit jedem Ausatmen immer noch tiefer in den angenehmen Zustand der tiefen Entspannung. Entspanne tiefer und tiefer. Tiefer und tiefer und tiefer und sinke in einen tiefen und erholsamen Schlaf. Entspannung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020